Hallo, willkommen zurück zu die Schlacht um Mittelerde 1. Ja, wir haben ja mittlerweile schon einiges an Fortschritt erzielt. Amoria erobert, Lord Lorien befreit und Westfold und Rohan, ja also das was hier Rohan heißt, ebenfalls erobert. Wir spielen also jetzt weiter mit Akt 4, Amon Hen. Auf geht's. Wieder keine Stimme. So, 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 so. Wir werden wieder mal direkt in einen Kampf gestürzt. Ich werde dich schützen, Frodo. Lass sie nicht entkommen. Ui, eh. Das ist der nächste Halt. Wir müssen rasch handeln. Verlichte diese Mache. Ich fürchte den Tod nicht. Zurück, ihr Fürsten. Zurück, die Leaktoren. Den Modus, den Modus. Wenn auch ihr will, keines erfahren. Verschwindet ihr Stinker. Wachsam, das war nicht der letzte von ihnen. So. Schnell jetzt. Gandalf, pass auf. Muss wir überhaupt machen. Frodo uns haben müssen überlegen. Und alles nicht. Ich höre meine eigene Stimme wieder nicht. Und Level Up. Sehr schön. Bumm. Habe ich die Attacke nicht eigentlich dahin? Egal. So, und das war die nächste Worte. Es ist traurig zu sehen, wie das Bild so ist. Ja, es ist wirklich ein wunderschöner Halt. So. Elf. Zwölf. Dreizehn. Zwanzig. Ja, ha, ha. Jetzt habe ich mich erzählt. Ja, das ist eine tolle Fähigkeit. Die wird Legolas eigentlich später erst erlernen. Aber hier kann er sie anverstanden. Wir brauchen unsere Hilfe. Weil er so cool ist. Wir gehen ja schon. Wir müssen weiter. Oh, Level Up. Oh, ich spiel sie ja sogar schon. Oh, ho, ho. An mir kommt keiner vorbei. Spürt die Stiche meiner Peine. Endlich jemand, der in der Aktuell dich ist. Noch ein Schäden, der die Spalten kann. Kaboom. Und unsere Helden. Sie sind unterwegs. Ein neuer Quest. Besiege die Orox, die Legolas und Gimli angreifen. Na, na, na. Das doch mal. Oh, okay. Hey. Hey. Oh, je. Komm, wir mal mehr. Nochmal zwei Pfeile. Und hier nach einem Sprung. Hau drauf. So. Und wir gehen halt jetzt unseren Freunden. Ich spüre, dass etwas Höses liegt. Was ist das eigentlich? Ah, ja. Okay. Oh, je. Verlass dich auf mich. Und ein weiteres Level für... War das? Arakon. Wo sind wir? Ja. Ja. Ja, das macht jetzt keinen Sinn, diese Fähigkeiten einzusetzen. So. Wo sind Oro mir und die Hobbits? Ich dachte, sie würden am Boot warten. Gut. Weiter geht's. Geht euch bereit. Schnell jetzt. Wir müssen weiter. Was war das? Wir dürfen hier nicht verweilen. Wir müssen weiter. Wo? Wo kommen sie denn? Na da. Na da. Wir werden angegriffen. Das dunkle Feuer wird dir nicht anlösen. Hier können wir sie aufhalten. Ja gut, die sollten jetzt auch keine großen Probleme darstellen. Hier müssen sie aufhalten. Halt mal ein neuer Einheitentyp. Aber du warst auch schon sonst. Wir gehen einfach mal in den E-Shows, der sie kamen. Obwohl hier die Möden irgendwie aus irgendwelchen Gründen zu Ende geht. Aber wir werden verfolgt. Das will ich ihnen ab hier zu Ende. Ja, sie wird erst freigeschaltet, wenn man hier das entsprechende erfüllt hat. Und ich hatte irgendwie verpeilt, dass da noch welche kommen. Ich hab's auch schon länger nicht mehr gespielt. Sondern jetzt dürfen wir weiter. Oder auch nicht. Ja, da haben wir Boromir. Boromir braucht unsere Hilfe. Wir müssen zusammen hineingekreift. Ja, eine schöne Szene hier. Wir müssen rasch handeln. Wundervoll. Ich liebe das. Aber das sagt ich ja bereits schon diverse Mal. Oh, ach so. Wir müssen kämpfen. Oh, in dieser Bezo-Rening macht's einfach keinen Sinn. Oh, Armwuster. Das ist doch das ja schon für Legolas. Da kommt er gar nicht hoch. Ja gut, okay. Dann lohnt es sich jetzt schon. Dann auch der Schwer-Rest. Oder auch nicht. Wow. Zwei neue Fähigkeiten. Rischteile, Gegner-Ferz. Und das Reiten. Endlich. Das ist ja wunderbar. Ah, nein. Vollschott hast du. Ui. Rette Boromir. Eile Boromir. Und den Hobbits zur Hilfe. Ja, machen wir das doch mal. Da sind wir. Wann schon jetzt belegen? Ja. Da wollen wir doch mal. Ja, und an dieser Stelle sollte Boromir eigentlich sterben. Das tut er. Weil er keine Lust hat dazu. Oh. Jetzt habe ich das Gerede von Gandalf angesprochen. Oh, egal. So. Das war jetzt kein allzu grobes Potenzial. Hey, wer haben wir denn da? Jetzt. Oh. Oh, ja. An mir kommt keiner vorbei. Ich werde mein Volk. Äh. Bom. Hey. Bombs. Wir müssen weiter. Es kommen noch mehr auf. Shift. Die Häublinge. Lauf! Schnell! Lauf! Sei bereit! Vor der uns haben müssen wir Okay, gut Machen wir doch, Gerd Gibt's hier unten noch was? Wir dürfen nicht zöger! Du bist unser aller Schicksal, kleiner Mann Wir müssen weiter Dann gehen wir in Richtung Boot Gehen wir hier lang? Nicht wirklich, ne? Dann müssen wir hier oben lang Ist ja nicht mehr weit Wir müssen weiter Oh Sie werden alle sterben Ui, ui, ui Das sind ja ganz schon viele So, alles war immer da Kann 5, kann 7 So, ich würde gerne, dass ihr alle kämpft Sonst können wir das nicht auch sparen Boah, schwarz ist Blut Bitte die doch mal Wir sind fast da So Das war's Ja Keine Quests mehr Also Erledigt Wo geht's hier oben hin? Seid ihr bereit Wir dürfen nicht zögern Wir dürfen nicht zögern Schnell! So. Und das war's. Yay. Ja, ich denke, da auch der letzte Bad sehr kurz war, werde ich, wenn ich das nächste Mal Schlacht und Mitlehrer hochlade, vielleicht sogar beide auf einmal hochladen. Mal sehen. Kommt drauf an, wie lang der hier jetzt ist. Und jetzt verschwinden sie. Und wir haben's geschafft. Ein Bonus-Ziel. Alle Helden, fast alle Helden, haben ein Level abbekommen. Wo waren Merry und Pippin? Mal so eine ganz blöde Frage. Sollten die da nicht eigentlich dabei sein, oder sind die schon entführt worden? Ich bin jetzt gerade gar nicht. Hier ist die Kampfstatistik. Unglaublich. Äh. Ja. Weiter. Unsere Helden. Gandalf hat Level 5 erreicht mittlerweile. Ja. Und, ja, Legolas, ne? Ganz oben dabei. Und wir sind zurück auf unserer Karte. Wir kriegen mehr Kommando-Punkte. Und jetzt teilt sich die Gemeinschaft. Während die Gemeinschaft nach den Halblingen sucht, drohen die Flammen des Krieges Rohan zu verzehren. So. Hier haben sie uns sich jetzt geteilt. Frodo und Sam, die übers Gebirge sich auf den Weg... Ähm. Was ist das eigentlich hier? Aem-Mil-Muil. Gott, sagt mir gar nichts. Die sich jetzt auf den Weg nach Mordor machen. Die Gemeinschaft Gandalf, Legolas, Gimli, Boromir und Aragorn. Von denen eigentlich nur noch Legolas, Gimli und Aragorn dabei sein sollten. Rein theoretisch. Ne? Wer den Film kennt, weiß warum. Kein Gandalf, kein Gimli. Äh. Kein Boromir. Und die Gemeinschaft Merry und Pippin. Ja, jetzt verstehe ich das auch. Die wurden ja von den Orcs entführt. Genau. Und sind auf dem Weg nach Isengard. Gut. Als nächstes erwartet uns die Region West-Emnet. Ja, 20 Kommandos, 10 Rohstoffe. Aber ich mache jetzt erstmal hier wieder Sense. Und wir sehen uns... Wups, jetzt ist mir mein Stift runtergefallen. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Abonniert